Ja hallo meine lieben Zuschauer, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Watch Dogs auf meinem Kanal. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ich würde sagen, wir starten jetzt. Jo, berein ist der Hintern für die... vor. Oh, wir haben nur... 20 Sekunden. Wir legen mal hier ne... Bombe. Dann legen wir mal... Komm Junge, beeil dich, beeil dich, beeil dich. Hier ne Bombe. Hier ne Bombe. Und dann möchte ich mal noch... Da eine legen. Und dann möchte ich noch... da eine legen. Gut, würde sagen... Ich habe noch Zeit. Das ist die Frage, was passiert, wenn die Zeit rum ist. Ist dann... Ich würde sagen, hier oben gefällt es mir. Hier bleibe ich. Ah, nein. Junge. Ich wollte einfach gerade in Deckung gehen. Okay, dann... Ah, in Deckung. Was gibt es denn da oben noch? Hm, keine Ahnung. Ach, verdammt, der hat mir das... Ah, verdammt. Hm, scheiße. Das sind aber viele. Das ist, das muss ich natürlich... Den ausschalten, weil der kann Hilfe rufen. Oh. Alter. Mach dich bereit, Bad Buck muss gleich hier sein, Mann. Mann, der Boss will seinen Cousin umnieten. Was geht dich das an? Wenn Bad Buck sich wehrt, würde Irek das nicht machen. Na, dann sagt das Bad Buck, vielleicht wehrt er sich gegen dich. Dann lebt Bee und dein Arsch ist tot. Ich wollte ja nur sagen, der Fettsack muss nicht sterben. Den muss ich ausschalten. Okay, Alter, das heißt wieder eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Da unten ist einer. Der Typ macht mir am meisten Sorgen und der, der um Unterstützung rufen kann. Der. Dann geht's los. Ehrenamtlicher Streetworker. Hat Verbindungsinweise mit 35.000. Berufsseldner. 100.000 verdient er. 26 Jahre alt. Na, super. Na gut, dann würde ich sagen... Nice. Ey, Alter. Ey. Alter. Gut, das machen wir nochmal. Aber ich hab jetzt gesehen, da gibt's so Tipps für mögliche, wo das Auto steht. Ich hab jetzt nur noch eine Minute Zeit. Will mich verarschen. Ich hab jetzt nur noch eine Minute Zeit. Ja, hast du. Ich hab jetzt noch eine Minute Zeit. Ich hab jetzt noch 10 Sekunden. Ich hab jetzt nur noch 10 Sekunden, ich hab jetzt noch 10 Sekunden. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Und die Tecco. Ich hab jetzt noch eine Minute. Und die Tecco. Und die Tecco. Oh cool, läuft. Was ist das? Jo, wie bringt man das Maul? Ein Scheißner, wir brauchen nicht Hilfe! Er kommt schon! Er kommt schon! Er kommt schon! Ganz schlecht die Idee! Oh, trotzdem erwischt! Oh! Ich hab gar nicht gesehen! Wo bist du denn? Ah, da versteckst du dich! Nice! Komm! Die Waffe ist scheiße! Das ist mir zu viel! Komm hoch! Wo seid ihr? Unbesser! Ah, okay! Komm hoch! Oh! Hab ich nicht gerade deine Schwester erschossen? Jawollah! Respekt! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Komm hoch! Wo ist das Telefon? Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon! Sie sind tot! Ey, was? Was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Oh, das müsst ihr bestimmt wieder verfolgen! Wer entkommt denn noch? Dann spricht er mit Iraq! Und Bad Bug wäre so gut wie tot! Wo ist er? Wo fährt er? Wo ist er? Ah, Mann! Scheiße! Ich hätte den... Was? Ja gut, das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen! Entschuldigung! Ja, das müssen wir wahrscheinlich nochmal machen! Ja, das müssen wir nochmal machen! Das ist Misslungen! Hey, 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 hey! Hallo? Hallo? Meine Freunde können gerade nicht ans Telefon! Sie sind tot! Ey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Hm? Komm ich irgendwie nicht hin? Ja, komm mir noch! Dann spricht er mit Iraq! Und Bad Bug wäre so gut wie tot! Ah, super, jetzt geht's! Ach, Mann ey! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ja, rein hier! Und komm, Gabgat! Raus hier! Naja, noch schön 239 Dollar verdient! Na, warum rum? Jawoll! Ja, ich bin doch schon dran! Ich bin doch schon dran! Ich bin doch schon dran! Ich seh ihn doch! Ach, verdammter Axt! Ey! Mann! Wie soll ich denn das machen? Ja, verdammt! Musik Hmmmmm Das hat jetzt funktioniert. Ja, ich gehe gleich ans Telefon, ich will mir jetzt nur noch ein bisschen was umstellen. Hallo? Deine Freunde können gerade nicht ans Telefon. Sie sind tot. Hey, was? Hey! Steht noch einer? Irgendwer? Komm schon, Mann! Ich kann aber leider die Kamera auch nicht wechseln gerade. Ja, dann kommt mir noch. Dann spricht er mit Irak. Und Bad Bug wäre so gut wie tot. So ein kleiner Baum kann aber auch mal kaputt gehen. Nein! Nein! Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon! Ah, hier wäre ein Dampfrohr gewesen. Scheiße. Da vorne ist er. Da ist er. Ist er all zu schnell? Hab ich ihn erwischt? Hab ich ihn erwischt? Oh Gott, bin ich angespannt gerade. So, ich muss Red Bugs Standort erreichen. Wo ist er denn? Ach, da ganz da oben. Tschöjoo! Na gut, das lief ja fast ganz positiv. Aber die Kache ist aber... Mann. Ja. Aber die Fände hat mir besser gefallen. Oh, bumm. Als ich gerade wieder auf die Minikarte geguckt habe... Hey, schöner Mond da oben. Muss ich mal zwischenzeitlich noch auf die Uhr gucken. Weil ich muss, ja, in zwei Stunden, beziehungsweise drei Stunden noch zum Nachtdienst. Kann ich die Folgen von heute wieder super bearbeiten. Das ist aber ganz gut. Ich kann ja mal zu Hause mal zocken. Ganz ehrlich, die Kache ist eh blatt. Ich hole mir eine neue. Dann kann ich mich mal zu Hause mal für vier, fünf Stunden zocken. Ich will nicht sterben! Ich will nicht sterben! Also privat würde ich sowas nicht fahren, aber... Hier ist es gut handelbar. Oh, das sieht doch geil aus, oder? Sieht das nicht geil aus? Macht mal Platz, ich hab's eilig. Dieser Jeep fährt hier aber auch ganz schön oft rum. Nummer drei. Oh, jawoll. Na gut. Da nehmlich. Aber hier wieder schön. Ui, ohne ein Zorber anzuknicken. Nun hat Beddack den Ruf, den er immer schon haben wollte. Jetzt muss ich ihm Angst machen, damit er mir hilft. Eine kleine Erpressung sollte ihn doch überzeugen. Ich gebe. Aber ich kann auch sehr gut nehmen. Vorsicht! Ach komm, pass auf! Das ist so nicht witzig. Das ist aber gut. Das kann er nicht machen, oder? Doch kann er. Das kann er nicht machen, oder? Doch kann er. Mann, wer bist du? Einer, der mitspielt. Ich hab nen Job für dich. Aber der ist nicht für Tyrone. Der ist für Beddack. Ich melde mich. Was soll das? Komm schon, Mann! Ja, voilà! Ja. Ja. Jemand ist hinter mir her. Pass auf! Alle sind tot! Du musst mich hier raus bringen! Du hast die nicht alle, Mann! Hör dich mal an! Das ist die Gespenster! Nein, nein, nein. Wartet! Scheiße! Was? Was willst du? Ja, Typ, du bist ein bisschen fertig, würde ich sagen. Dass du für mich Augen und Ohren bist. In Rossi Fremont. Nein, niemals. Man, Iraq bringt mich um. Was tut er, wenn ich ihm alles schicke, was ich habe? Willst du mehr sehen? Nein! Lösch den Scheiß! Bitte! Wenn du schön mitspielst wie ein guter Junge, tu ich's. Ich melde mich. Oh Gott, er ist total fertig. Ich bin kein Psychospieler, ey. Ja, voilà. Habt ihr keine Sorgen um sie, entsorgt nicht um mich. Akt 2, ungeladen. Mission beendet. Das ist nicht lustig. Hey, was ist das für lustig? Ja? Gut, aber wir machen mal wieder ne Pause hier, weil 20 Minuten sind wieder um. Wenn es euch gefallen hat, macht euch die Daumen nach oben. Wenn nicht, schreibt es mir bitte in die Kommentare. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es heißt, let's play Watch Dogs mit mir, dem Sascha. Bis dann. Ciao. Tschau.